Wer wie was Das ist Anton. Anton bewegt sich in vielen Social Networks. Nirgendwo fühlt er sich aber daheim. Und neue Leute kennenlernen ist auch nicht drin. Was tun? Eines Tages bekommt er eine Nachricht von Lisa, die er von früher kennt. Es ist eine Einladung zu Sankt Online. Für Lisa ist Sankt Online mehr als ein Social Network, nämlich eine echte Gemeinschaft. Hier kann sie sich nicht nur mit Freunden aus ihrer Umgebung online austauschen. Es gibt auch echte Partys und Events, wo sie mit den anderen Sankt Onlineern abfeiern kann. Anton schaut gleich vorbei und fühlt sich sofort wohl. Er feiert mit bei den Festen und berichtet darüber als Redakteur des Onliner, der ersten Online-Zeitung, die von den Usern geschrieben wird. So lernt er neue Leute kennen und entdeckt alte Kontakte wieder. Damit Anton nicht den Überblick verliert, gibt es bei Sankt Online die Intimi-Funktion. So kann er nicht nur bestimmen, wer was von ihm sehen kann, sondern auch, was er von den anderen sehen möchte. Und wenn Anton irgendwann mal raus will aus Sankt Online, dann drückt er einfach den Pfirti-Knopf und weg ist er. Und seine Daten auch. Und wenn es mal ein Problem gibt, schaut er halt wieder vorbei, beim Sankt Online-Team. Denn das gibt es wirklich und nicht nur virtuell. Hereinspaziert, werde auch du Onliner, sei von Anfang an dabei und baue mit uns einen Ort im Internet auf, wo wir uns richtig daheim fühlen können. Auf www.sankt-online.at www.sankt-online.at